Hallo und Willkommen zu Let's Play Left 4 Dead 2 Ich bin der Edgard von Deathmatch.lp und mit mir ist der Joy von der Octobuzz Company Ganz genau Ja, wenn ihr die Octobuzz Company nochmal sehen wollt, unten in der Beschreibung ist der Link Oder eben im Gegenteil Und ich stelle auch unten in der Beschreibung den Link von der Deathmatch.lp Ja, okay Wir spielen hier auch fortgeschritten damit etwas interessant wird Weil wir jetzt die Profi sind, nicht wahr? Ja Wir sind richtige Profis Hier gibt's Zombie-Gefledder zum Sonderbereich, sehe ich gerade Ja, ich finde es echt schade, dass die Übersetzung aus dem Englischen immer so blöd ist auf Deutsch Okay Dead Center, also Todescenter, hört sich doch viel cooler an als Infektionszentrum Man muss es jetzt, wie ist das jetzt eigentlich gemeint mit Infektionszentrum? Dass da die Infektion los, dass die Infektion da los gestartet ist, also gestartet ist Eigentlich gehen sie doch zum Evakuierungszentrum, aber irgendwie Ich habe selbst keine Ahnung, wahrscheinlich heißt das so, weil sie dort irgendwie dann jede Menge Zombies kennen und so Also Infektionszentrum stimmt schon, aber wenn man jetzt das so nimmt, dass hier die Infektion losgegangen ist und so weiter Ja, also Äh, bist du schon unten? Nein, ich höre aber die Monster bis hier hoch Ja, ich auch Ich wundere mich so, hey was Das ist irgendwie komisch Ja, okay Einfach durch die Tür schießen MEIN JUR SIGAR Diese Rushle Du musst nicht sterben Ja, jetzt die selbst- Äh dumme Rushle aber so richtig das ist ihre Schuld, wenn sie da bis reinlauft und das wird fortgeschritten. Das einzige Problem ist, dass die Computer hier nicht fortgeschritten sind. Ja. Oh, wir sind fortgeschritten genug für alle. Hoffe ich doch mal. Na ja, ja. Sind wir eigentlich. Wir haben ja schon den Voraus noch gemacht. Ja, ha. Wir haben eine ziemliche Akura. Oh Mann, Hilfe, 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 Jockey, 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 Jockey. Wow, verdammt. Komm bitte raus auf den Balkon. Da sind jede Menge Zombies. Boomer, verdammt. Okay, grad war da so ein kleiner Leg. Ich sag doch, hier sind jede Menge Zombies. Ja, weil ich von Boomer fängte. Danke, dass du die Zombies auf dich lockst. Echt nett von dir. Bäh, du bist voller Kotze. Da ist ein Charger. Das muss ich mir anfassen. Da ist ein Charger. Du hast jetzt die Tabletten genommen. Auf jeden Fall. Charger? Okay. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Wieso erstmal... Okay, jetzt vorsichtig. Dort hinten ist er. Aufpassen, Mann. Das Biegleifahrt. Nimm John nicht. Ich hab ihn gelockt. Mann, das lag ja ein bisschen bei mir. Jetzt guck ich mal den Zombies beim Fallen zu. Wow, verdammt. Das ist mein... O... O... M... G... Ich hab... Mein... O... M... G... Also ist komisch, das letzte Mal, als ich hier rausguckt habe, da sind hier zwei Zombies runtergelaufen. Und freiwillig runtergekommen. Okay, es fällt jetzt. Ähm... Wie heißt es nochmal? Ähm... Verdammt. Ähm... Du kannst dann nachschauen. Das ist saulustig hier. Voll saukromisch. Hm. Alter, das ist ja plötzlich dunkel. Du magst es im Dunkeln, hä? Hm. Charter. Charter. Charter, Charter. Wow. Verdammt. Ich will noch ausweichen. Keine Panik. Ich bin doch da. Komm mal zu mir. Komm mal hierher. Oder... Bleib du, wo du bist. Ähm... Warum soll ich zu dir kommen? Ja, weil... die du hier einen besseren Überblick hast. Da, der nach. Und du gehabt hast. Wow, wow. Mann, schock mich nicht runter machen. Du, wenn, dann bist du hier der denn so. Du hast mich bei der runtergeschafft. Auf jeden Fall. Ja, na klaro. Na klaro. Da, den Tabletten, die hole ich mir mal. Weil, ich bin drogensüchtig, weißt du? Ja, weiß ich schon. Aber erzähl das nicht, du hast schnell. Sie hat was dagegen, dass ich immer Drogen nehme. Mh... Ein Kotztopf. Ich hab'n Kotztopf und was hast du? Ich hab'n Jockey. Ah... Das ist kein Jockey. Findest du das als Jockey. Ich hab'n grad mit... Oh, das ist ein Jockey. Das ist ein Jockey. Ich kämpfe gegen zwei Zombies von zwei Seiten gleichzeitig. Hat sich da wirklich ein Zombie mit dem Arm abgespielt? Ja und es sah ein bisschen so aus als ob es war doch eine Frau oder? Hey Leute, die halten mich okay. Ja, sie ist eben dumm. Ich würde die Heilung aufsparten, aber wir lassen sie nicht finden. Weil wir so böse sind. Hast du schon eine Bombe? Ja, die darf ich auch. Du bist aber so richtig auf Briten, oder? Immer dumm mit deinem Adrenalin. Hm, das brauche ich eben immer. Wow, verdammt. Die sind viele. Jetzt schicke ich Kotze! Ist das eine Kotze? Wo habe ich die Kotze hier reingeschickt? Oh mein Gott, jetzt. Die tanzen da alle Harlem Shake. Jetzt habe ich unseren Weg abgesperrt. Hey, Edgar, sie haben dort alle Harlem Shake getanzt. Ich habe schon gesehen, dass ich da rumgebäumt bin. das in sieben und passt auf das Griechenbieter ich will den Papern die Worte nicht bloß da reiten dort angebildet die Witter der Mörder diese eigenen bestätigt glücklich dass die Daten kann damit werden Wofür es ist ja der wollte mich umbringen aber das ist doch alles überlegt ja so unstimmig wie ich ganz genau Hilfe Hilfe or Smoker du hast mich gerettet nein ich hab mich nicht gerettet irgendwie hat mich jeder gerettet wow 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 wer sparrer hat mich da grad Ruchel ist im Aufzug Hilfe 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 Hilfe, ich bin genau im... Nimm die Würmerkotzer! Nimm das, jeb! Leute, werfen sich gegenseitig ein? LOL Halbchenk! Hilfe, ich wurde zu... Ich wurde runtergeschmissen! Ach, da liegt der Scheiß! Ich war echt erstaunt, wie die dort ha... Äh, was ist passiert? Keine Ahnung. Äh, erneuter Verbindungsversuch? Ja, der hat den selber erstellt. Ja, aber das war ein dedizierter Server, also... Keine Ahnung, was hier los ist. Bitte sag nicht, dass wir jetzt rausliegen! Oh mein Gott, bitte! Da steht Autolist Connect in 10 Sekunden! Nein! 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 War zu jung, dass du da bist! Nein! Drei, zwei, eins! Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Was soll das für ein Scheiß? Warte! Da steht doch offizieller dedizierter Server, verdammt! Äh, starte einfach wieder das Spiel, okay? Wir waren schon im Aufzug! Jetzt sind es aber... Jetzt gerade sind es aber vier richtige Spieler, also... Coach und Rochelle, die NPCs, sind jetzt mal weg! Ja, aber Rochelle war im Aufzug und wir waren noch... Wir haben es noch nicht geschafft, sie zu retten! Ja, natürlich, ich habe versucht, sie ja auch zu helfen, aber genau das hat irgendwie einen Server-Einstoß vollbracht! Mein, Edgard, immer du bist als Server abschließt! Ja, immer ich mit meiner Hilfe! Ja, du hast dich beider aufgehoben und dann... Ja, dann ist das aber abgestört! Ja, wollte nur nicht, dass du mich aufhebst! Nein, jeder bleibt dort, woher rumliegt! Große. Na, der Fluss... Aber manchmal kriegt man eben schlechtes ja, aber manchmal ein gutes ja, oder? So was kann eben passieren! Auf jeden Fall! Wie lange liest es jetzt noch? Keine Ahnung... Ich find blöd da wir jetzt wieder alles machen müssen! Simsoner Lass ja mal los! Okay, der war schmink... Ja, starte! Warten, 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 pantem, Mann! Ja, Mann! das ist wieder klein wie so ein kleiner kreis um die vier umgeht ich habe nichts besser zu tun als darauf zu gucken ich habe was besser zu tun ich kann meine maus drum herum machen ja aber ich drehe auch ui das kann man sich so fühlen wie gott dass man das selber steuern kann wer endlich ui da ist ein Hubschrauber Baby du kannst ja nicht abschießen der ist schon weg kommt zurück kommt zurück ach da kommt eh nicht zurück aber es hat schon ein bisschen gebargte Server naja dass wir am Anfang schon jede Menge Zombies gehört haben dass da erstmal ein Charger einfach rumgestanden ist und gar nichts gemacht hat bis ich ihn eben gelockt habe so gesagt wow 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 das geht ganz schnell durch also ich bin nach dem Boden drauf ich hab ne Kotze oh was hast du äh ich hab gar keine Womme einsam ha ha also was und was ist da unten hinter uns oh oh ich stelle vor da kommt nur ein Charger und schmeißt einen durchs Fenster raus durchs Fenster raus das ist ja bei der Rochelle passiert also nein das war aber auf dem Balkon und du bist schuld du hast sie rum gebracht ich seh grad einen Spieler hat verlassen oh scheiße ach sie will wieder sterben meine Fresse ich hätte den Smoker umgebracht wärst du nicht in meine Schussbarge gegangen da ist ein Handler oder war das nur ein nerviger Song und das war ein ja keine Ahnung ich sehe dass der Coach einfach jeden runter schmeißt hm 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 ja und wenn ich dich abgeschossen hab dann nur aus Versehen hm 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 oglyciğim Warte mal, heute ist Donnerstag, oder? Ja! Ach, ich muss mir heute noch Pizzi mit Hard Reset reinziehen. Was ich aber nervig finde, ist, dass Gronkh und Sarazek gerade auch in den Jiren, also, im Urlaub sind. Nein! Hilfe! Hilfe! Charger ist rot! Was ist mit Gronkh und Sarazek? Was? Die sind in den Jiren? Urlaub? Also, die sind in diesem Urlaub! Hier ist Mokka, hier ist Feuer, okay. Ich brauch mal Deckung, ich muss mich verabschieden. Also, deswegen machen sie auch keine Leistung für mich gerade. Also, ich hab mal die ganzen Tage lang gewartet, bin am Freitag und mach sie nur online gegangen. Obwohl, machen die es am Freitag oder am Donnerstag, das ist die Frage. Äh, und dann hab ich gesehen, dass da war, da stand irgendwas mit, die machen Pause bis irgendwann, bis irgendwann, ja. Genau in den Jiren. Was? Die machen genau in den Jiren. Was? Äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, also... Ich muss da nochmal nachdenken. Ja, auf, zu geht noch! Oh, es war shaping hier. Äh, scheiße Mann! Was ein Albtraum! Beschissen in der Zombie-Apom-Karrenze! Bombe! Ja, was machen wir jetzt? Oh mein Gott, jetzt mal her! Hahaha! Hahahaha! Hahahaha! Hey, bin Marcelle und du? Okay, das war lustig. Das war lustig! zusammen ich hab mich mal ganz kurz scheiße man ich verarste mich aber das ist ja gerade lustig ich werde ich werde fest gegen die eine Wand und dann geht es an die andere Wand jetzt geht es ab mann so mann doch meine wo man warum 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 8 ich hätte mal hoch weil die alle zu voll haben der feld gewollt sich drücken ich habe noch eine Bombe gewaltt was passieren wird wenn wir es geschafft haben ja ganz genau es war doch lustig im Aufzug so ganz eng mit der Bombe ich mach lieber doch nicht da ist ein Boomer Tadam hallo kann mir niemand ein Jockey vom Kopf schießen hallo hilf du bist der einzige noch lebende Typ rette uns doch pass auf Jockey da wird gerade einer vom Charger umgebracht hä wieso kann ich ihn nicht umbringen äh hier ist mein Coach hoch wie jetzt du hast sie nicht hoch gebracht da ist jetzt echt keine Zeit man ehrlich ich hab doch einen Phantan gegriffen da hab ich dir geholfen meine Fresse man und ich muss sagen ich hab den Code abgeschossen deswegen ist er irgendwie fein du bist der Hechtrattel das stand der mir so Segura hat äh das die los rein mit euch lasst uns rein das tut weh ohne Scheiße ja das erste Mal geschafft und das ist ja 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 nein das Server ist nicht abgestürzt wir haben irgendwie die Verbindung zu ihm verloren ja obwohl das ist so was passiert ab und zu aber ich hab's doch nie auf einem digitierten Server erlebt die also spieler gemein ist auch wird von der auswählen du da bist oder wenn ich nicht da bin die ja früher ja heute machen wir ja noch ein Let's Play über Minecraft und Hunger Games ich verscheiden wenn es heute nicht wie gestern wird wir reden gerade über solche Sachen da müssen wir die Videos heute aufstellen ich mach's heute ja ich mach's auch okay glaubst du schaffst es halt warte dieses Video heute noch ausstellen ja schaffst du das ich kann auch dieses Video und das andere Video morgen ausstellen ach man oh man und dann ist es immer noch heute also wie schnell ist der Heer gekommen mein erster Schuss ist dass ich einen eigenen Spieler abgeschossen hab mein erster Schuss ist der Ohrbombe hoffentlich treffen wir auch in den Tank jetzt zum Zentrum aber fortgeschritten ist tatsächlich echt lustig ach kleiner kleiner Terudor was du bist so ein du hast kein Medipack mitgenommen ach verdammt ach das ist kein so großer Weg ich geh schon das ist ein halt du hast doch auch keins mitgenommen doch ich hab ja warte ich hab mein schon benutzt ah ok Terudor ich kämp' mich jetzt mit der Faust durch dir gibt's doch keine Medipacks komisch jemand hat so ein Medipack mitgehen lassen Hilfe wo bist du wo bist du wo bist du bei unserer Basis bei dem Schussraum was ich ich renne zu dir um dir und schlage mich mit der Faust durch und Tabletten in der einen Hand der Faust kann man nicht nein ich hab dem falschen die Tabletten gegeben stopp ich wollte sie dir geben nein nur weil du weggegangen bist fehlt die Heliumbombe Helium Vorsicht wenn die doch nur in die Luft gehen würde also das ist ein Scharfschüsse ein Gewehr wer wo nein das ist auch ein Sputflinten verdammt da ist ne und mit 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 ja ganz genau ne wird auch wir sind wenn sie sie nicht anlassen Prozent mit dem Schild der Händler also du hast ja den Namen erfunden die ich sie immer genannt naja du und du hast mich auf die Idee gebracht auf jeden Fall sehr eh los gehen wir auf die Bitch drauf verdammt verdammt jetzt hast du es gesagt haha 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 mein Edgar so was darf man nicht sagen ja ich weiß haha wow verdammt ich hab doch nur ein Kanister angezündet und schon boom vom tsch das wir ord